Jetzt gibt es wieder ein kleines Experiment. In der Bildmitte sehen wir eine glatte Felswand. Und die nutze ich jetzt, um ein Echo zu erzeugen. Ja, nach drei Sekunden kommt es nochmal. Beim nächsten Mal mache ich es so, wenn es kommt. Wir Frauen setzen uns immer durch. Wasser trägt ja auch noch. Es sind ungefähr drei Sekunden, dann sind es 500 Meter. Ja, ne? Achst du? Ja. Piu! Ja. Ja.